Oh ja, Flash. Musst du schon schauen. Clear. Hit Flash. Es kann ich dafür. Steht Classic. Mit Kohlensäure. Haben sie geschrieben nicht mit viel Kohlensäure? Nein. Kohlensäure. Jaja. Ist das nicht mein Problem? Wenn die das schreiben. Mit Kohlensäure. Hätten sie geschrieben mit vielen Kohlensäuren. Gut, hätte ich mir jetzt vielleicht mit ein bisschen weniger geholt. Aber nein, haben sie ja nicht. Glaub ich nicht. Also. Also meine Damen und Herren. Nö. Nö, nö, nö. So. Nö. Wollen wir das mal klarstellen. Ich mach jetzt hier erstmal. Ach komm hier. 100. Na komm wir machen mal 12.000 Bricks hier. Gib Gas. Na wie weit bist du? Ne? Stone, stone, stone. Ja, ich lass den jetzt mal arbeiten, ja. Das ist ein bisschen das Video Meta weggeht. Obwohl es wird auch nicht weniger. Bin ich wirklich, ne? Ne, ich sag ja nur allein unten dieser Tunnel, der das alles rausholt. Mhm. Oder warum mich jetzt Chosen mal gefragt hat, warum hab ich das eigentlich wieder gebaut? Ja, weil ich einfach Langeweile hatte. Anders ist das mal nicht. Das ist die andere Frage. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Das ist die Antwort. Ich weiß es nicht. Ja. So, warte mal den ersten. Nein. Machen wir mal da. Machen wir so einen kleinen Berg hier hoch. Ein Berg? Herr Bergmann. So, das machen wir jetzt so. Äh. Du mal. Jetzt müsse ich hier noch mal. Bah. Ich glaube. So ist Jut. Packen wir mal hier diese Reinen weg. Und hier holen wir uns mal ein bisschen Erde. Aber nur ein bisschen. Nein, 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 ein bisschen. Ein bisschen. Warte mal, hier kommt vorne ein Weg hin. Das passt. so kommt die köpfe hin so da der kürbel hinkommen und das da ich bin so ein gott überlegen ich komme wieder meine kreative phase glück nicht doch läuft sie doch nicht so machen wir aus dem künstlichen berg fertig los voll warm das ist widerlich nicht nur zu war wirklich das ist was das fenster zu und du gehst noch ganz schön gekostet gestern abend aber das war ja gut na gut waren bei euch morgen sagte bei uns war das irgendwann am mittag mit darum und das hat ja gut dann ist das hier runtergezogen das hat auch gegossen hier ging es glaube ich am achte dann war ich bei der arbeit achte neune hat es auch hier angefangen dann den ganzen tag als ich nach hause fahren wollte sonnenschein als ich kurz bevor ich zu hause war es aufgehört wenn ich neu ist ja sie ist ja aber da war ich schon komplett durch nest ja das ist ja auch super so mich auch so da machen wir den künstler aber mein schlimmer versorgt was du verwachst so machen das so wie viele machen wir denn ich würde sagen zwei hier was pein eigentlich für ein holz pinion so dann machen wir so und dann mache ich eins zwei drei frei dann machen wir so einen hochkrank das ist wenn du sprichst du meine boxen mögen dich nicht weil doch das habe ich mir jetzt genau das ist scheiße in ordnung ja außer wenn die leute sprechen nichts nicht am nichts nicht am mikro sondern an irgendwas mit anderen was das ist einfach doch mal an den ohrmuscheln nicht das in ohrmuscheln oh muschies oh muschies aber nicht mehr du jetzt wirklich ohren wie muschies das wird doch voll verloren das wird doch voll verloren ja zwei eins zwei drei so ich glaube eins zwei frei eins zwei eins zwei ich muss das jetzt hier schön aufbauen kann man nicht doch das muss einfach schön aussehen nachher doch nein das machen wir drei hoch und dann läuft das aber nicht man sieht die kacke wieder verkabelt hier weil ich wieder sowieso nichts zu tun habe weil ich nur alles mit kabel machen hier ja wieso nicht ne aber ich sage jetzt schon vorderein wir sollten uns so langsam mal überlegen was wir als nächstes an projekt machen so langsam ist auch irgendwann das bekloppten projektsender ja hast du alles von left4dead gehört ne was denn das irgendwie rauskamen das left4dead3 kommen soll nice nicely nicely das ist doch schön schön anzuhören wenn das kommt wissen wir jetzt schon bescheid ich nehme jede weibliche character ja wir machen wir das random wir machen wir das random und ich kriegste dann dennoch weil ich einfach den charme habe dafür wir haben ja das nochmal mit dem random gemacht ich weiß das gar nicht mehr doch zufällig einfach konnte zufällig auswählen stimmt ja ja da war das was ne ja das wird aber wieder ein spaß so oh ja wieder zumis rum ja ja wir müssen mal diese minecraft mit noch machen ja ja kein stress kein stress brauner alles wird cool das machen wir schon ja Mädel ist gut haben wir auch gesagt ich weiß ja ist ja gut alles gut Mädel mein sch... ja 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 mhm scheiße ich hab Mist gebaut ich hab mal wieder nicht aufgepasst wie eh und je ja das war nichts anderes bei dir wenn man nur am quatschen bist passt du nicht auf ja ja ich sag nur sparkys challenge ja das ist eh das beste beispiel ja wirklich das beste beispiel ba 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 nein und gestorben ja das ist... ich krieg ich fand's lustig ja da hab ich's kotzen bekommen und dann auf eine... und dann noch dieses loot schwert ne alles andere hätte verbringen können nein aber nicht dieses loot schwert oh vielleicht das war nicht lustig doch nein ich fand's lustig ich fand's richtig lustig pach hat's maul du findest es immer lustig wenn ich sterbe klar du findest auch auch lustig wenn ich sterbe nein ich trauer immer mit dir weck oh师 oh ja oh ja oh er so d Concret dazù von wollen noch welche ja ja das könnte man später mal machen wir dann höher ich brauche mal eben treppen treppen und kreppeln und kreppeln und kreppeln kann eigentlich kreppeln kann man noch mal kreppeln noch herstellen ich glaube mich zu ändern meine nasen musik putzen ich habe mir pause ich tun wir pausieren und eben mich muten so kärna ist nervs geputzt ich mache das nicht in der aufnahme ungern muss ja dann nicht meine schnodder hören so ist weg haben wir jetzt hier genug steine auf jeden fall 14.000 steine jolo polo jolo polo nachher die blumen die wollte ich auch noch in so eine farbmaschine reinpacken ja ja er soll automatisch von blumen direkt in farben umgewandelt werden aber ich komme halt nie dazu was zu machen ich habe noch nie was geschafft hier ja das ist halt nun mal so ich glaube du hast mehr geschaut als ich ach quatsch ach quatsch du mir auch so 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 wie geht denn noch mal gravel hier ist auch vier mal erde ach so ich kann ja ich kann das auch duplizieren einfach mit redstone was los mit mir das ist das problem doch ich kann es mit julio machen da muss ich einfach aus julio meter leben machen diese leben klumpen und daraus kann ich dann das machen aber warum ich kann es ja einfach duplizieren das macht nur das tun auf elker ist macht das nur man kann ich da nix dafür so okay das reicht weil da habe ich glaube ich auch noch 5000 im lager drin alles dafür aber auch wirklich alles gravier da ja fast 5000 es reicht doch doch das reicht das reicht reicht jetzt aber ich nehme die mit die stone schlips die stone schlips stone schlips ich weiß es gar nicht ist nicht zum wie zum wie zum wie macht ich weiter alter dass bei dir gedonnert ist ein hässigen zombie ach ja das ist ja nicht weit entfernt erinnere ich mich so gerade mal also zum wie verrächtet was geht dann hat man ich glaube dass ich muss in diese richtung ich glaube ich muss da lang ja gehen wir mal zentos versuchen naja ist auch gar nicht der magiertum ist auch gar nicht weit entfernt von unserem zuhause na ich weiß gucke da bin ich ja schon wieder hier zack und ich bin mal kurz bei mir ach du hast einen schaden warum machst du das denn so groß erklär mir das mal warum machst du denn die erde gehen also ich weiß jetzt schon dass grüne sind weh ist ein weg ne das kann ich ja schon aber ich will wissen was was muss mit der erde mit den erdfeldern wofür ist der erde ist doch nicht für bäume ja für gras für hasch ich habe eine zweite ebene ja was machst du auf der zweiten ebene ja mit uns erklären centers was denn jodo du hast doch gerade für bäume ja ich weiß nicht was du machst hast oder so warum nimmst du dann nicht das juju gras dann hättest du dir das sparen können dass dann irgendwie gras hoch christ weil mit juju gras hast du doch direkt gras blöcke moment nö da weiß der mich einfach ab und sagt moment was los mit dir was für eine frechheit du die erlaubst warum 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 weil du bescheid bist wirst du dich um 1 weiß ich schon wieder ich muss voll auf dem pot pp nein muss immer wieder ppi aufnahmen ich habe zu viele worte gedrungen ich war halt noch ein bisschen aus unten links ich glaube ganz unten links und darüber sprich in der mitte die reihe links ich glaube dann hast du das juju gras gehabt doch oder war es nur ein ich weiß es gerade gar nicht ich weiß es gerade gar nicht Untertitelung des ZDF, 2020